Das ist Herr Koch. Er ist technischer Leiter eines Werkzeugbauunternehmens und zuständig für Projekte. Seit kurzem ist er wieder richtig zufrieden. Denn die Mitarbeiter sind motiviert, Aufträge werden besser abgewickelt, Lieferungen erfolgen pünktlich. Auch die Kunden sind zufrieden und die Auftragsbücher füllen sich. Der Berater von Tebis Consulting und die Einführung des professionellen Projektmanagements haben sich mehr als bezahlt gemacht. Schauen wir uns die Situation einige Monate zuvor an. Wegen des ständigen Zeitdrucks herrscht Chaos und die Mitarbeiter arbeiten am Limit. Termine können nicht eingehalten werden, die Kunden sind unzufrieden und die Kosten laufen aus dem Ruder. Herr Koch bekommt ein neues Projekt zugeteilt, aber er kann den Fertigungsauftrag nicht richtig planen. Denn es gibt keine eindeutige Projektbeschreibung. Auch die Kapazitäten und Ressourcen wurden bei der Angebotserstellung nicht berücksichtigt. Für Rückfragen seiner Mitarbeiter hat er neben seiner alltäglichen Arbeit wenig Zeit. Selbst die Kundenanfrage zum Projektstand bleibt unbeantwortet. Herrn Koch fehlt der Überblick. Auch das noch. Der Kunde schickt nachträglich Bauteiländerungen. Diese werden intern nicht richtig weitergegeben und nicht dokumentiert. Es kommt, wie es kommen muss. Das Ergebnis entspricht nicht den Vereinbarungen. Der Kunde reklamiert. Die Nachbearbeitungen sind zeitaufwendig und teuer. Der Produktionsplan gerät durcheinander. Herr Koch versäumt Liefertermine und muss verärgerte Kunden vertrösten. Auch der Chef ist sauer. Die Rendite sinkt, die Mitarbeiter sind unzufrieden und die Firma verliert Aufträge an den Wettbewerber. So geht das nicht weiter. Was tun? Herr Koch erinnert sich an die Thebis AG. Die hat auch eine Consulting-Abteilung, die Fertigungsunternehmen berät, damit sie sich wettbewerbs- und zukunftsfähig ausrichten können. Dort arbeiten kompetente Berater, die sich in der Werkzeugbaubranche bestens auskennen und die seine Sprache sprechen. Der Thebis-Berater weiß sofort, was zu tun ist. Projektmanagement verbessern. Doch was ist das eigentlich? Projektmanagement funktioniert wie ein Werkzeugkasten mit vordefinierten Fächern und Tools, die der Reihe nach zum Einsatz kommen. So können Projekte von der Angebotsabgabe bis zur Auslieferung erfolgreich abgewickelt werden. Effektiv, in gewünschter Qualität, termingerecht und innerhalb des Budgetrahmens. Das will Herr Koch auch und beauftragt den Thebis-Berater. Der besucht das Unternehmen, spricht mit Mitarbeitern, beobachtet den Projektablauf und identifiziert Schwachstellen. Aus den Ergebnissen entwickelt er mit Herrn Koch ein Konzept, um Projekte besser zu definieren, zu planen, zu steuern, zu überwachen und abzuschließen. Für die erfolgreiche Umsetzung trainiert der Thebis-Berater die Mitarbeiter, damit sie verstehen, wie Projekte funktionieren. Das Ergebnis, standardisierte Projektabläufe sorgen für mehr Effizienz. Die gesamte Kommunikation verläuft besser. Kundenanforderungen werden klar erfasst, Ressourcen und Kapazitäten besser geplant. Durch die ordentliche Projektplanung erkennt Herr Koch auch mögliche Risiken früher. Dank des neuen Konzepts von Thebis Consulting besteht mehr Projekttransparenz. Alle wissen jetzt, was sie zu tun haben. Herr Koch und die Kunden sind begeistert. Der einzige, dem das nicht gefällt, ist der Wettbewerber.